hallo leute ich bin es Isis und in diesem video zeige ich euch etwas sehr cooles wie mit dem panzer über der ganzen stadt fliehen könnt und es gibt ja schon einen trick wie man schon fliehen kann mit dem panzer mit dem truck da habe ich eh schon ein video darüber gemacht wo man halt hinten rein fahren muss in den laster mit dem rohr da fliegt man aber nur in die höhe und hier bei dem hier fliegt man richtig weit und ich zeige euch mal jetzt auf der karte wo es genau ist also hier zeige ich euch jetzt genau hier wo der golfplatz ist gleich links daneben da ist also eine straße und genau hier bis zum ende müsst ihr hinfahren bis zur sattgas eigentlich und dieses tor ist jetzt wichtig ihr müsst halt da reinfahren und mit dem rohr irgendwie versuchen da halt reinzukommen ich weiß auch nicht ganz genau aber ihr braucht halt gefühl bei der sache es ist halt sehr schwer und ja wo was war denn das jetzt für ein fail alter schwere was ist denn das für ein fail alter wie geil alter wie geil was für ein geiler fail okay leute das wollte ich eigentlich nicht machen aber ja jetzt bin ich auf dem meeresgrund gelandet sterbe ich auch gleich alter wie geil zum glück habe ich das video alter wie geil eigentlich wollte ich das nicht machen es hat darauf es hat ausgeschaut als würde ich jetzt gleich losfliegen aber irgendwie doch nicht und ja zum glück habe ich das aufgenommen kann ich gleich als feld nehmen und wie ihr seht bin ich jetzt am strand okay also ich habe mich teleportiert von hier bis hier das müsst ihr auch mal schaffen leute ok leute tschüss bis zum nächsten video und es wird noch ein video kommen wie es halt richtig funktioniert dieses video hat leider nicht geklappt und ja ich hoffe ihr habt spaß ich hoffe bei euch wird es klappen oder vielleicht wollt ihr auch dass ihr ins meer landet oder so blablabla keine ahnung und ja leute tschüss abonniert mich liked mich liked meine facebook seite und tschüss leute